Freund, kennst du das Haus, dort in St. Adelheim? Da sperren's oft kleine Leute und selten große ein. Das, was den ganzen Tag so schwer verriegelt ist, da mag kein Mensch nicht rein, das weiß ich gewiss. Da mag kein Mensch nicht rein, das weiß ich gewiss. In der Früh um halb sechs sind, da geht der Jammer los. Da schäbern's mit den Schlüsseln, da sperren's dir auf den Schloss. Und mit dem Wasserkübeln, da lehren's immer mehr. Ja, mit keinem Maske rücklein, jeder nimmer mehr. Ja, mit keinem Maske rücklein, jeder nimmer mehr. Mittags um halb zwölf, teilen's die Männerste aus. Freitag, die waren sie jetzt, das ist ein wahrer Kraus. Weil in der See mit drin, da hofft der Haus ganz tot. Sie ist ein Schleifertrund vom Müller-Trott. Sie ist ein Schleifertrund vom Müller-Trott. Es ist ein hartes Los, wenn man verriegelt ist. Denn nur die Freiheit ist das Paradies. Denn nur die Freiheit ist das Paradies. Denn nur die Freiheit ist das Paradies. Die Freiheit ist das Paradies. Und dann hasta. Wird ein Das ist der Theatre für die Freiheit ist das Paradies. Vielen Dank.